Palmyra, die Oasenstadt im Herzen Syriens, gilt als eine der eindrucksvollsten Ruinenstädten der Welt. Derzeit ist das UNESCO-Weltkulturerbe in Syrien stark gefährdet. Forschende des Deutschen Archäologischen Instituts haben sich zur Aufgabe gemacht, einen Beitrag zum Schutz und Erhalt Palmyras zu leisten. Als weltberühmte archäologische Städte hat Palmyra schon eine sehr lange Forschungstradition, aber die Ergebnisse dieser Forschung sind in den letzten Jahrzehnten eher fragmentarisch und ausschnittshaft publiziert worden. Am DAI erarbeiten wir mithilfe eines sogenannten geografischen Informationssystems, das ist im Prinzip eine Kombination aus digitalem kartografischem Werkzeug und Datenbank, seit einigen Jahren im Rahmen von Palmyra GIS eine vereinheitlichte digitale Datengrundlage für Palmyra. Palmyra GIS ist eine GIS-Implementierung, die auf Open-Source-Produkten basiert. Die einzigartige Vielfalt der Daten ist ein Ergebnis der jahrzehntelangen Arbeit des Deutschen Archäologischen Instituts, insbesondere der Außenstelle Damaskus, sowie vieler anderer Institutionen und Personen. Forschende des DAI digitalisierten analoge Datensätze oder erstellten neue, digitale Daten, die nun erstmals zugänglich sind. Grundlage von Palmyra GIS ist eine erweiterte, digitale Version der Karte, die in Topografia Palmyrena 2010 von Klaus Schnedelbach publiziert wurde. Die Daten sind äußerst präzise, qualitätsgeprüft und basieren auf modernen Surveys der Oberfläche. Die originalen AutoCAD-Zeichnungen wurden neu strukturiert und in objektbasierten GIS-Ebenen vereinheitlicht. Die Projektmitarbeiter des Deutschen Archäologischen Instituts leiteten auch neue GIS-Ebenen, wie beispielsweise das vollständige Digitale Höhenmodell DEM, davon ab. Das 3D-Modell von Palmyra ist eines der Produkte, die im Deutschen Archäologischen Institut erzeugt wurden. Der 3D-Druck der Geländeoberfläche dient als Projektionsfläche für die gesammelten, georeferenzierten Daten des Palmyra GIS. Verschiedene Datensätze können so auf dem detaillierten topografischen Modell Palmyras betrachtet werden. Die Schnädelbach-Karte diente als Basis für das 3D-Modell und ermöglicht verschiedene Ansichten und Blickwinkel auf das maßstabsgetreue Modell der Stadt. Palmyra GIS integriert reibungslos verschieden skalierte Daten. Topografische Daten im Maßstab 1 zu 2000 sind begleitet von magnetischen Surveydaten im Maßstab 1 zu 500 und detaillierten Ausgrabungszeichnungen im Maßstab 1 zu 50. Viele externe Partner, wie Andreas Schmidt-Coliné und das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, trugen entscheidend zur Erstellung der detaillierten lokalen Datensätze bei. Einer der eindrucksvollsten Aspekte des Palmyra GIS ist eine Sammlung historischer Luftbildaufnahmen, die das En Cétu Francais du Proche-Orient bereitstellte. Die Fotos bieten einen sehr detaillierten Blick auf Palmyra im Maßstab 1 zu 150. Durch den Vergleich mit Satellitenbildern wird die bemerkenswerte Entwicklung des Ortes deutlich. Palmyra GIS ist mit externen Bilddateien und webbasierten Datenbanksätzen verknüpft. Nutzerinnen und Nutzer können von einer Vielzahl von Punkten auf der Karte auf die Fotos der großen Sammlung des DAI zugreifen. Alle wichtigen Monumente sind verbunden mit der DAI Online-Datenbank auf arachne.dainst.org. Die Palmyra GIS-Daten sind auch über den DAI Online-GIS-Service zugänglich, der durch geoserver.dainst.org gehostet wird. Der Service ermöglicht das unkomplizierte Hochladen, Bearbeiten und Teilen der Daten. Alle GIS-Ebenen sind geschützt durch vielfältige Nutzungsrechte und eine effektive Berechtigungsverwaltung. Detaillierte Metadaten und Lizenzinformationen ermöglichen eine kontrollierte Publikation im Online-Format. Außerdem ist es Nutzern möglich, komplette digitale Karten selbst online zu erzeugen. Dank verschiedener Benutzeroberflächen kann es von Fachleuten und Fachfremdenpersonen gleichermaßen genutzt werden. Palmyra GIS wird als Grundlage für die Schadenserfassung und Planung von Rekonstruktionen und Monitoring verwendet. Es ist Ausgangspunkt für weitere internationale Zusammenarbeit, um die UNESCO-Welterbestätte Palmyra zu schützen, zu erhalten, sowie Vermittlungsarbeit zu leisten und mögliche Rekonstruktionsarbeiten vorzubereiten. Palmyra GIS wurde ermöglicht durch viele Personen und Einrichtungen, die ihre Daten großzügig mit dem DAI teilten. Die UNESCO-Welterbestätte Palmyra danced mit dem DAI stelle in der wilden Plen-Welterbestänkungen, Sprechungsverwaltung macht es so ein ganzes Schade für die Welt. Sprechungsverwaltung, die ihre Daten verwendet werden, Sprechungsverwaltung.